Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der MLS einen Kanter-Sieg gefeiert. Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Illinois gewann mit 5 zu 0 gegen New England Revolution. Schweinsteiger stand in der Startelf, spielte 90 Minuten durch und bereitete per Kopf und mit seinem ersten Assis der Saison den Treffer zum 2 zu 0 Pausenstand vor. Bildergalerie Schweinsteiger, Hoeneß Davis, die jüngsten Torschützen des FC Bayern 22, Bilder der Ungarn-Nemannia Nikoliks 28, 40, brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in Führung. Die weiteren Treffer erzielten Brandt-Branico, 78., Nikolas Gaitan, 85., und Premislav Frankowski, 89., jetzt die Trikots internationaler Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop, Anzeige in der Tabelle belegt Fire nach dem dritten Sieg im elften Spiel Rang 8 in der Eastern Conference. Mast gelesene Artikel Fußball, Bundesliga Kovac, ich lag wieder richtig, Fußball, Europa-League-Skistar-Schock mit Geschichte, Basketball, griechischer Basketball in Trümmern, Fußball, Champions League, das Millionenopfer wird zum Heldenfußball, Champions League, Maureño zerpflückt, Ajax-Taktik, let's block, it's... Why?